Im Zentrum von Ratingen, an der Stadtgrenze zu Düsseldorf, managt die Magna EOR PM GmbH und Co. KG ein modernes Bürogebäude. Die Gesellschaft gehört zur Magna Real Estate Gruppe, ein deutschlandweit tätiger Projektentwickler und Bestandshalter. Zum circa 2960 Quadratmeter großen Grundstück gehören auch 115 Tiefgaragenstellplätze und 9 Außenstellplätze. Die Mietflächen der in den 1990er Jahren errichteten Immobilie wurden von 2006 bis 2009 umfassend saniert und bieten durch das Zusammenspiel von Licht, Farben und Materialien eine einmalige Arbeitsatmosphäre mit moderner technischer Ausstattung. Eine Sanierung der Fassade sowie der Tiefgarage erfolgte 2017. Der aktuelle Vermietungsstand beträgt rund 86%. Besondere Highlights der Immobilie sind eine integrierte Fitnesswelt sowie ein breites Serviceangebot für die Mieter, das über eine eigene App steuerbar ist. So können die Mieter zum Beispiel Fitnesskurse im hauseigenen Fitnessbereich und Paketservices buchen und Botengänge oder Handwerkertätigkeiten beauftragen. Eine grüne Wand im Foyer rundet das innovative und nachhaltige Konzept des Bürogebäudes ab. Die nordrhein-westfälische Stadt Ratingen liegt direkt an den Stadtgrenzen zu Düsseldorf, Duisburg und Essen. Der Standort ist hervorragend angebunden. So sind die Autobahnen A3 und A44 mit dem Auto in nur etwa 5 Minuten, der internationale Flughafen Düsseldorf in weniger als 15 Minuten und die Düsseldorfer Innenstadt in etwa 20 Minuten zu erreichen. Die U-Bahn-Linie U72 mit Direktverbindung in die Düsseldorfer Altstadt hält direkt an der Immobilie. Ebenso die Buslinie 759, die zum Flughafen Düsseldorf fährt. Die Immobilie in Ratingen ist eine echte Landmark-Immobilie, die aufgrund ihrer Architektur sowie hervorragenden Lage eine exklusive Stellung am Markt besitzt. Die gute Vermietungssituation mit einem breiten Mietermix aus verschiedenen Branchen sorgt für stabile Mieteinnahmen. Auch die gehobenen Ausstattungsstandards sowie die gute Anbindung sprechen für das Investment.